Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arvester. Gut, Spraggy, erzähl doch mal weiter, bitte. Ja, okay, schade. Ja, dann, okay, ich muss dann tatsächlich mir angewöhnen. Ja, dann zieh ich die Folge ein bisschen länger, wenn ich gerade im Gespräch bin. Kann ich mir die Gemälde nicht anschauen? Okay, gut. Soviel dann dazu. Also es wird wahrscheinlich nichts wichtiges sein, dass wir es verpasst haben, halt ein bisschen Hintergrundgeschichte. Gut, dann wollen wir erst die Polizeistation oder das ist abgebrannt? Ich glaube wir machen erstmal die Polizeistation. Okay. Dann, du scheinst gerade Tickets zu verteilen. Jo, Haros Police Department. Okay. Äh, Bug Report. Mhm. Wegen Beetle. Also Käfer. Oh. Okay, ne Karte von Harvest. Kaffee. Rain und Loomis. Okay. Na dann. Ja, ich fang gleich mit dem Deputy erstmal an. Dann arbeiten wir uns in der Rangfolge hoch. Hey, kann ich dir helfen, Junge? Bist du der Sheriff? Nein. Ich bin Deputy Loomis. Erinnerst du nicht? Nein, ich nicht. Ja. Ja, der Kaffee riecht echt gut. Ja. Auf jeden Fall. Ähm. Was hast du noch zu Stephanie zu sagen? Oh. Oh. Oh, gosh darn, she's pretty. Ja. 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 Ähm. Ja. Ja. Wir halten jetzt schon mal was da. Ähm. Warte ich über das sag ich mal noch. Vielleicht können wir es auch sinnvoll verwenden. Okay. Ähm. Genau. Wie sieht's denn mit Miss Loomis aus? Oh, gosh. I wish I had some of them girly pictures. But Mrs. Loomis won't let me keep them in the house. I still remember the time she caught me holding some of them pictures up with one hand. She took the broom to me. I howled like a hound dog. The broom going up and down. Flashing straw and blood, blood and straw. And I drooped I was crying so bad. And it was so hard I had to crawl under the porch naked. With all the black winter spiders. And I got bit something fierce. Little fangs digging into my bare behind all over. I ask ya, is that any way to treat a man? And Mrs. Phelps and the sheriff don't make it no easier neither. Okay. Ähm. Ja, was mit Mrs. Phelps? Mrs. Phelps down at the general store don't help things none. She's got them special picture books. The one with the ladies. But she won't sell me none on account of she knows my wife, Mrs. Loomis. They'd come if they don't burn my bridges. If and I even ask about them, she tells Mrs. Loomis and I get the broom. Enough to break a man's heart. Her burn in my French postcards. And we unable to replace them. A man's got needs, don't you know? Mhm. Ja. Stimmt. Die hat es ja... Ich erinnere mich. Die hat ja was gesagt. Dass sie halt mal versucht die Sachen zu kaufen. Ähm. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen weiter von. ihm. Ja. Wutiful. Wie, you sure oughta'ee appreciate what a man's gotta'd do sometimes in a parked car... Wor aige-high knothole in a tree... ...or a jail cell at noon. Okay, ja. Okay, danke für den Hinweis. In a time, kiddo. Ja, Dwayne Dwayne. Sehr schön. Guter Name. Okay, dann mal zur Amnesie, bitte. Why do you want to break your poor mama's heart with all this Amnesia-Bunk? I'm telling you the truth. Why won't anyone believe me? Well, you've always been a kidder, Steve. Yeah, so everybody keeps telling me. Boy, you need to stop all this funny and get serious. You've got a wedding coming up soon. Heck, you should be thinking about your career and about joining the lodge. Ja, was hier alle sagen. Gut, was hältst du denn von der Heirat? Amnesia or no, you can't have forgotten you're about to marry the prettiest little thing at Harvest. I think you and Stephanie are perfect for each other. I just hope her father's disappointment doesn't spoil everything. Disappointment? Mr. Potsdam wants to hold the wedding in the lodge, but he'll never get in. Like all the rest, he's always hanging around the post office the first day of the month, waiting for Boyle to bring out that month's lodge applications. There's always a long line. Never enough applications to go around, and even if you do get an application, chances are you're right out of luck. Fewer call to the order and even less accept it. And Potsdam? Well, they've turned him down so many times. Unless he does something radical, he'll never get in. Hm. Okay. Ähm, ja, wie ist denn mit den Verbrechen hier aus? Crime-wise, nothing much has happened in Harvest since the newspaper fire. Oh, sure. Every week or so we get the odd transit dropping dead. But other than that, it gets pretty slow around here. Hm. Cool. Ähm, jo. Dann lass uns mal über das, äh, Feuer reden. Sure, you remember? The Sentinel building burned down about six months ago. That's what I'm telling you, Sheriff. I don't remember anything. Why won't you believe I have Amnesia? Well, you've always been a kidder, Steve. Anyway, the fireman said the fire was caused by arson. I never caught the perp, though. But we found the gas can that was used. Yes, sirree, Bob. It's in the evidence room. Lemus, that's classified. Darn it. How many times you gonna have to tell me to keep my mouth shut, I wonder. Sorry, boss. You've got the gas can in the evidence room? Did you dust it for prints? Haha. You've been watching too much TV, Steve. Heck. You can make out all those curvy lines anyhow. No, it's sitting in there gathering dust. Clean is the day we found it. Just in case I ever need a spare gas can. That case is closed, Steve. Huh, okay. Ähm, was mit Loomis? Loomis here is my deputy. Without him I'd have a hard time keeping the peace. Or at least taking a lunch break. Mainly Loomis answers the phone and babysits the office while I'm out. Though sometimes he likes to go in the back and stain the jail mattress. Isn't that right, Loomis? Oh, now Sheriff, what you gotta go and say that, Fur? Loomis has more than his share of problems. I wouldn't invite him to the wedding. Or, if you do, make sure he doesn't catch the garter. That could be embarrassing. Oh, I wouldn't do nothing, Dwayne. But I sure would like a little garter than being around Stephanie's thigh. Oh, that'd be right special. Oh, okay. Dann, wie sieht's mit der Hochzeit aus? Amnesia or no? You can't have forgotten, you're about to marry the... Disappointment. Mr. Potty. There's always a long... Gut, genau, dann... Let's have a look at the lodge. I don't mind telling you. I'd never get anything done, if not for the lodge's efforts. To join the order of the harvest moon is the highest dream of everyone in harvest. Hm. Ich bin allerdings nicht wirklich interessiert daran. That's the stupidest thing I ever heard. When I was a boy, I wanted to join the lodge. I would have too, when I grew up. Except neither my teacher nor my clergyman helped me. A man can't realize his dreams without help. My failure to gain admission is the failure of all of harvest, Steve. And don't you forget it. Boy, whether you know it or not, you want to join the lodge. Or you will soon enough. Especially with the wedding coming up. Okay. Ähm. Stop on by anytime, Steve. Gut, dann, ja, wir können halt nur gucken. War das verschlossen? That's the evidence room. Where we store items lifted from crime scenes. It's kept locked at all times. There's things in there that could make people jump through hoops. If I wanted. Mhm. Gut. Ähm. Alles klar. Gut, also wir wissen, dass du mal zur Mittagessen gehst. Dann seid ihr alleine. Oder ist der Deputy alleine? Kann man eventuell ausnutzen. So, das war Polizeistation. Dann geht's jetzt mal ins... Ähm. Dings. Hm. Okay. Ist nicht mehr so viel los, sehe ich gerade. Ähm. Ähm. Ja. Oh, die Hore sind wenigstens noch da. Aber das dürfte eigentlich... ...mehr oder weniger sein. Ah, wir können es uns mitnehmen. Äh, können wir was wegschaufeln hier? Können wir? Cool. Äh. Äh. Flyer von der... Äh. Von dem Wechsel nehme ich mit. Uh. Okay. Noch ein Anstecker. Nicht schlecht. Das hat sich hier gelohnt. Gut, das ist jetzt so... Hast du die... Ja, du hast sie eingesteckt. Sehr gut. Okay. Ähm. Rein interessal. Bist du jetzt zufälligerweise... Jawohl. Du bist weg. Gut. Ich glaube, dann können wir tatsächlich mal... Ich speichere vielleicht vorher mal noch kurz ab. Sicher ist sicher. Und dann können wir dir mal das Magazin geben. Ähm. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß damit. Ähm. So. Bitteschön. Oh. 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 Bye, George. Oh. Bye, Jiminy. Oh. This is the real thing. Oh. Can I have it? Äh. Ja. Sicher. Oh. Oh. Thank you, Steve. Excuse me, kiddo. I gotta go check the jail for clean tiles. Okay. Viel Spaß. So. Ah. Sogar offen. Sehr gut. Schauen wir uns mal um. Checkbuch. Kommt mit. Kaum lesbaren Notiz. Ah. Sehr schön. Schlüssel zum Raum. Ich glaube, das war's. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann, ähm. Ich glaube, ich schaue mir die Sachen selber erstmal an. Okay. Ähm. Schau. If I think I'm going to keep paying this forever. You are. Hmm. There are limits. Boil. Okay. Der Schaufer scheint wohl Boil. Ah, you are crazy. Genau. Ähm. Also, der Schaufer scheint wohl Boil. Geld abzuknöpfen. Genau. Da haben wir's auch. Boil, Boil, Boil. Boil. Edna hat was bezahlt. Boil. War. Okay. 1256 jeweils. Hm. Dann können wir jetzt ja in den Raum. Jawohl. Wir haben ja den Schlüssel. Lass das vielleicht mal anschauen. Okay. Da ist ja einiges los. Ähm. Kamera. Nehme ich mit. Fällt ja bestimmt nicht auf, ne? Dartboard. Hm. Ja. Ah, da haben wir's. Äh. Nehme ich auch mal mit. Den Kanister. Den Hut. Leprechaun. Skaretten. Hm. Sneaker. Ah, die können wir aber genau dem, dem Zeitungsjungen geben. Cool. Wär mit einer Kettensäge. Ah, VW. Ähm. Motor. Können wir zu uns ins Zimmer hängen. Passt ja da ganz gut. Hm. Ja. Hm. Dachte ich mir, dass Loomis sich das mitnimmt. Hm. Okay. Irgend Bekannter von Loomis. Ansonsten. War's das, glaub ich. Ah, Toast. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall gelohnt. Schlecht, nicht schlecht. Hm. Ja, ich glaub, das dürfte ja alles gewesen sein. Irgendwas, was ich hier noch angehen kann. Nee. Hallo, Steve. Oh, wo ist Loomis? Wo ist Loomis? Wo ist Loomis? Oh, das ist... Loomis! Stabst du? Dwayne, no! 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 Du perras! No! No! Tja, so ein Fäch aber auch. In Ordnung. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht weiter anschauen. Aber wir können nicht mal die Folge behalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Bleibt am nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.